Da lassen könnt ihr natürlich auch. Oh, das ist interessant. Rob habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, also ich weiß, dass er Rob spielt. Er spielt auch Terry und Falco. Ich habe Falco erwartet. Mal gucken. Also Rob auf jeden Fall ein guter Charakter. Big-Body-Charakter aber auch. Ja. Oh mein Gott, was? Oh mein Gott, ich dachte schon. Aber das war schon ein bisschen insane gerade. Wir sehen, die traden auf jeden Fall relativ even. Noch zu Anfang. Jetzt hat er ein gutes Integg, beziehungsweise der Rob doch schon ein bisschen mehr kassiert. Oh, okay. Erster Stock ist auch schon weg. Gut. Er ist natürlich jetzt auch... Oh, ich dachte, er versucht direkt mit der Fähr. Oh mein Gott, der macht das aber auch so cool gerade. Das ist ein schöner Edgeguard, das muss man ja sagen. Das wird sich hier geprübelt. Ganz gute Kombo mal. Ja, jetzt gerade erst mal ein bisschen Momentum für Sintech. Wird aber direkt von C4 gestoppt. Also wenn Skeddy hier jetzt nochmal den Stock bekommt, dann fehlt er nicht mehr viel und das erste Game is over. Oh mein Gott. Das ist er. Das war gut. 3 zu 1 Stocks. Das hat er echt gut gemacht. Also da hatte... Da hatte Sintech einfach nicht mehr so viele Möglichkeiten, irgendwas zu machen an der Edge gerade. Die Frage ist, wie kommst du jetzt nochmal zurück? Weil der Lied, der ist schon sehr, sehr erdrückend. Oh. Ich seh da C4. Oh. 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 Weggedodged. Sehr schlau. Sehr schlau von Sintech auf jeden Fall. Ah, und wir sehen, der Edgeguard, der ist schon wieder relativ stark. Es wird gut gearbeitet mit den ganzen Projektilen. Und du kommst nicht wieder on stage. Oh. Das könnte es jetzt gewesen sein. Die Lenkrakete fliegt und fliegt. Oh mein Gott. Das reicht. Und damit der erste Sieg hier. Für Skeddy 12. Ganz wichtig. 12. Keine Ahnung, das... Gibt's noch elf andere. Nee. Musst du ihn fragen. Also ich hab bisher nur Skeddy 12 gesehen. Skeddy, Skeeter. Und Skeddy 12. Und A$AP. A$AP. Nee, keine Ahnung. Irgendwas mit A$AP. Flacco. Stimmt. Eieieiei. A$AP Flacco. Ja. Lord Pretty Flacco Geordie. Man kennt's. So ist das. Ja. Rob gegen Snake. Mhm. Ja. Rob sagt auch, definitiv ein Falco Matchup. Würde ich auch sagen. Also ich persönlich würde auch sagen, dass Falco sehr gut ist gegen Snake. Alleine diese hohen Sprünge sind einfach sehr gut, weil er mit der Recovery halt einfach immer über einem ist. Er versucht immer hoch zu recovern, also oft Snake und das kann man mit Falco halt sehr gut verhindern. Okay, hier sprengt wieder alles einfach. Die Combat hat grad mal nicht geklappt. Jetzt Momentum für Syntec. Kann er da was fürs machen? Ja, es ist schwierig, er tradet da gut rein, aber ist noch relativ even. Oh, C4. Ja, schöne Combo, maybe, von Snake. Schöner Grab. Ich glaube, er hat eine C. Oh, der macht's ohne. Das tut richtig weh. Der Stock-Lead wieder für Skeddy. Der spielt grad echt gut, also... Das gefällt mir sehr, sehr gut, muss ich auch sagen. Das hab ich gar nicht so erwartet dabei. Jetzt, wir kommen mit ner guten Combo mal. Kann vielleicht hier mal den Stock-Ausgleich holen. Aber es wird nicht reichen. Oh, jetzt der Edgeguard. Dieser Druck einfach. Also, die ganzen Projektile, denen du da ausweichen musst, mit denen du umgehen musst, das tut wirklich einfach weh. Es ist völlig egal, wo er ist. Er kriegt einfach überall Projektile ab. Er hat keine ruhige Sekunde. So, und jetzt maybe hier wieder eine schöne Combo. Das könnte diesmal reichen. 130. Ich glaube, da hätte Skeddy vielleicht noch richtig die einen können. Also, perfekter. Und wäre da noch am Leben gewesen. So, und jetzt hast du zwei Stocks. Syntec aber schon deutlich angegangener mit seinen 143%. Ja, auf jeden Fall. Max Rage beinahe. Man darf da Rob auch nicht unterschätzen. Der kann sehr früh killen. Vor allem mit der Side B. Oh, da ist die Side B. Das ist ne schöne Combo. Die sitzt ganz gut. 160% allerdings. Oh! Fehler von Skeddy. Hatte zu viel Angst vor der Down-Air und hat zu früh geair-dodged. Jetzt also der Stock-Lead für Syntec. Das sieht auf einmal sehr machbar aus. Da ist der Update. Da ist der Ausgleich eben. Und jetzt ist das sehr, sehr even hier. In Stocks und in Potten. So, und jetzt hier ne schöne Combo. Und Skeddy zieht eben Syntec wieder auf 70%. Da ist der Lead, der relativ wichtig auch ist. 85%. Es wird nicht besser. Es wird nicht besser. Es tut einfach weiterhin nur weh. 100%. Er findet nicht so richtig den Winkel, den er hier braucht, um ne schöne Combo mal anzusetzen. Ja, also bisher... Ich glaube, die beiden haben einmal bisher nur gespielt. Und das war ein Sieg für Syntec. Boah, schwierig. Allerdings auch der ist mindestens sieben Monate her. Ja. Und Skeddy mit dem 2-0 bisher. Ja, und da muss man sagen, jetzt kommen eben die Matchpoints. Das heißt, jetzt ist die moralische, diese mentale Belastung einfach wirklich da. Jetzt musst du fokust sein. Ja. Aber also, wenn ich da rüber gucke, dann sehe ich auf jeden Fall einen Syntec, der gefokust ist. Ja. Wir können immer noch nicht ausschließen, dass das ein Wechsel wird für ihn. Also, wie Rob schon gesagt hat, ist das eigentlich eher ein Falco-Matchup. Ich würde auch sagen, dass Terry nicht so schlecht in dem Matchup ist. Rob hat halt einen sehr großen Körper. Das heißt, die Explosion und alles Mögliche, es ist sehr viel schwerer noch auszuweichen. Und wir sehen Snake gegen Rob. Es ist ein drittes Mal Rob. Okay. Wofür steht das? Die abgezogenen R-O-B? Irgendwas mit Buddy am Ende. Operating. Robotic Operating Buddy. Ich glaube, sowas. Das war irgendein Spielzeug, was man geschenkt bekommen hat. Mit irgendwie Nintendo-Krams dazu. Ich kann mich nicht mehr ganz dran erinnern. Und dann war er irgendwann auf Mario Kart DS spielbar. Ah, stimmt. Ja. Der war cool. Also, ich hab den total gerne gespielt. Und ganz zum Schluss freigespielt. Oh. Oh, man sieht, Zyndek findet hier auch nicht so den guten Start wieder in die Begegnung. Das könnte demnächst der erste Stock sein. Oh Gott, der darf nichts machen. Der darf nichts machen. Das ist sehr, sehr schwierig. Weil jetzt musst du, du musst da wirklich jetzt Prozente viel traden, ne? Und ich seh nicht so ganz den Winkel, wie du das hier schaffen kannst. Ja, also generell gegen Snake spielen. Man muss schon eine gute Flowchart haben, um gegen einen guten Snake spielen zu können. Weil er einfach diese Traits, also eben gerade auch. Er hat eine Attacke on Shield gemacht. Er hatte gerade da eine Granate. Heißt, er kriegt die Granate ab. Er kriegt das Follow-up von der Granate ab. For free. Also man darf da wirklich no wasted motion. Man sieht schon, der Edgeguard, der ist wirklich gut. Ja, wow. Das reicht. 3 zu 1,6. Und das ist so schnell und so explosiv. Ja, wirklich. Ja, wirklich. Wie es hier zustatten geht. Oh, jetzt hier. Rob, maybe mit einer guten Kombi. Synthek. Ah, könnt hier mal ein bisschen wenigstens gegen traden. Aber es ist... Ja, vielleicht... Okay, mal ein Opening für Synthek. Ah, versucht es da mit der Up-Air. Hätte auf jeden Fall gekillt, aber nicht getroffen. Back-Air? Schön. Das reicht. Jetzt immerhin 2 zu 1. Aber Synthek ist in seinem letzten Stock und der ist nicht mehr wirklich healthy. Ja, 99%. Er ist natürlich ein Heavy, aber das geht ganz schnell bei Snake. Das geht ganz schnell. Also Snake ist wirklich ein Charakter, wo es... Oh, der Down-Smash. Das ist 3-0. Das ging sehr, sehr schnell gerade. Das ist 3-0. Das war wirklich sehr, sehr fast. Muss man sagen. Aber VP an beide. Also wirklich schön gespielt. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber Scaddy eben gerade echt super dominant. Puh. Gute Leistung. Das war es leider für sie.